Willkommen zurück bei Hometech. Ein Monat ist schon wieder rum, das heißt wir schauen uns heute mal ganz kurz den Monatsertrag vom Balkonkraftwerk inklusive der Nachteinspeisung an. Los geht's! Noch eine ganz kleine Info, bevor wir auf die nackten Zahlen gucken. Trotz perfekter Südausrichtung vom Balkonkraftwerk steht die Wintersonne so tief, dass genau zur Mittagszeit ungefähr so 15-20 cm die Spitze vom gegenüberliebenden Hausdach über das Balkonkraftwerk drüber zieht. Das sieht man auch sehr schön, das heißt ich habe genau mittags voll den Einbruch da drin. Ab Mitte Februar hat sich das glaube ich erledigt oder spätestens Ende Februar, also passt das soweit. Also im Januar wäre ein Ticken mehr drin gewesen, wenn dieser Mini-Schatten da mittags nicht rüber wandern würde, aber das tatsächlich nur Dezember, Januar betrifft. Alles gut an der Stelle. So, schauen wir auf die Zahlen. Ja, natürlich halte ich das Ganze in Excel fest. Die Fritzdeck 210 kann man ja so einstellen, dass sie täglich eine Mail schickt. Die Mail kommt immer kurz vor Mitternacht an. Und das sind die Zahlen. Also wir haben hier im Endeffekt einmal ganz links das Datum, in der Mitte ist das Balkonkraftwerk mit der Einspeisung und ganz rechts ist der Akku. Erfahrungsgemäß der Januar, ja jeder der schon ein paar Solarpaneele hat, weiß Dezember, Januar, Februar, das sind wirklich Tal der Tränen, was die Sonne angeht. So ist es natürlich auch diesen Januar. Das heißt das Balkonkraftwerk in Summe hat 10,47 Kilowattstunden produziert und die Einspeisung über den Akku. Der Akku hat natürlich nur geladen, das sieht man auch so ein bisschen. Wenn man richtig die Sonne geschieden hat, habe ich das System eingeschaltet und hat auch seine 4,35 Kilowattstunden eingespeist. Das heißt wir haben eine Komplettproduktion von 14,8 Kilowattstunden in Summe. Die wurden auch 100% selbst verbraucht. Das heißt diesen Monat, oder besser gesagt im Januar, wurde nichts eingespeist ins Netz. Bei meinem aktuellen Strompreis von 35,957 Cent pro Kilowattstunde ergibt das eine Ersparnis für den Januar von 5,33 Euro. Da ich vorhabe das Video hier monatlich hochzuladen, kurz einfach um mal abzuholen, was da so reinkommt. Auch nochmal unten die Summe, das heißt für den Januar 14,82 Kilowattstunden mit vollem Verbrauch und die Ersparnis sind 5 Euro und ein bisschen besser als nichts. Kurzes, knackiges Video. Immerhin durch die Nachteinspeisung haben wir 40% mehr Ertrag, als wenn sie nicht da gewesen ist. Im Januar natürlich alles überschaubar, ist mir klar, aber das passt soweit. Aber immerhin die ersten 14 Kilowattstunden oder knapp 15 sind dieses Jahr geerntet. Mal gucken, wie es weitergeht. Im Februar sollte das schon ein gutes Stück mehr sein. Und das nächste Monatsupdate gibt es dann natürlich wieder Anfang März. Okay, das war es auch schon. Ciao.